So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Den ganzen Tag haben wir gewartet und auch wenn es schon diverse Leaks gab und irgendwelche Leute immer irgendwas veröffentlicht haben, geteilt haben, gepostet haben. Bisher gab es trotzdem noch nichts Offizielles zum Pokémon Go Fest 22. Jetzt gibt es was Offizielles. Das kommt direkt jetzt von der Yantik sozusagen und deswegen möchte ich jetzt auch drüber berichten. Einfach auch meine Meinung dazu sagen, gucken was es da so gibt, auch wenn ihr jetzt schon alles kennt. So, Pokémon Go Fest 22, Tickets, Shaman, also Seamus und alle Details zum Event. Wer weiß, warum ich Seamus sage, der schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken, wer hier öfters mal zugeguckt hat. Dann habt ihr hier so ein schönes Bild zum Go Fest. Ihr habt hier ein Tropius rumfliegen, ein Pikachu, da ist der Seamus, da sind die zwei hässlichen, aber da ist der andere hässliche, da ist der und da ist der, obwohl der ist viel hässlicher als der und da ist noch ein Impolion. Ein Icognito versteckt sich auch wieder, da hängt noch ein Burmi und Milza neben Geronimatz ist auf jeden Fall das Highlight. Und wenn das wirklich so ist, wie es überall schon rumgeteasert wurde, dass Shiny Milza kommen, dann wird das auf jeden Fall für viele der Grund sein, warum die sich ein Ticket holen. Weiß ich jetzt schon. Auch wenn das irgendwann ein Seaday vielleicht bekommt, trotzdem alle rasten aus. Boah, guckt euch den langen, fetten Artikel an, das heißt, wir müssen jetzt mal hier durchgucken. Was steht hier alles, ne? Meine Maus ist kaputt, ich muss jetzt hier drüben mit dem Ding rumscrollen. Beim Go Fest stehen Freundschaft und die Community im Mittelpunkt. Deshalb ist es nur logisch, dass in diesem Jahr das mysteriöse Pokémon Seamus, das auch als das Dankbarkeits-Pokémon bekannt ist, beim Event erscheint. Am Samstag, den 4. Juni und am Sonntag, den 5. Juni, gibt es tolle Boni und ihr könnt mit Trainern aus aller Welt zusammen Belohnungen freischalten. Das und noch vieles mehr erwartet euch. Das ist also der weltweite Teil sozusagen, wo wir ja schon angekündigt hatten, dass wir nach Gera fahren würden und würden den Thomas besuchen und mit ein paar anderen Leuten aus der Community dort zusammen das Go Fest zocken, das erste Mal Thomas anfassen und rumschieben. Also, warum denn nicht? Da freue ich mich schon drauf. Da wird es auch Videos vor Ort geben, aber bis die online kommen, ist wahrscheinlich das Go Fest 23 dann schon wieder präsent. Am 2. Tag des Events gibt ein Pokémon sein Debüt in Raidkämpfen der Stufe 5. Lasst euch überraschen. Nein, wir werden keine Raids für Zuschauer machen, weil ich bin ja ein Gera, verstehst du? Also, da wird man einfach raiden, aber das wird ja sicherlich nur an dem einen Tag da sein und dann gehen. Das wird ja sicherlich dann länger da auch da sein, ein bisschen, denke ich mal. Es ist ja nur das Debüt. Ticket-Inhaber erhalten bis zu 9 kostenlose Raid-Passe. Wenn sie die Fotoscheiben von Naren drehen, so seid ihr für diese Herausforderung gewappnet. Jeder, der jetzt sagt, ich kaufe mir doch nicht ein Ticket für 10 Euro, müsste schon mal entgegenrechnen wieder. 9 Raid-Passe sind ca. 9 Euro. Ihr würdet für das Ticket alleine also theoretisch 1 Euro ausgeben, weil ja die Raid-Passe ja, das ist ja, das, da brauchst du gar nicht überlegen, ob du dir ein Ticket kaufst oder nicht. Wenn du wirklich nur ein bisschen was für dieses Spiel übrig hast, schlägst du einfach zu. Tickets für das Go-Fest sind für 14,99 US-Dollar erhältlich. Mit einem Ticket werden die Gameplay-Inhalte für Samstag und Sonntag freigeschaltet. Jeder Tag des Events bietet eigene Inhalte. Außerdem findet zum ersten Mal ein Abschluss-Event zum Go-Fest statt, am Samstag, den 27. August, also zwei Monate später. Alle Trainer, die ein Ticket für das weltweite Event im Juni gekauft haben, erhalten kostenlos ein Ticket für das Abschluss-Event. Das ist also auch super, ihr habt zwei Tage, wo ihr spielen könnt, plus noch das Ticket für den Abschluss-Event und kriegt dann im einen Tag sowieso schon neuen Pässe, muss ich mehr sagen. Lest weiter, wenn ihr wissen möchtet, was wir dieses Jahr auf Lager haben. So, erster Tag des Pokémon-Go-Fest. Am Samstag dürfen sich Trainer mit und ohne Ticket für das Event von 10 bis 18 Uhr auf die folgenden Inhalte freuen. Das geht übrigens an beiden Tagen, immer acht Stunden. Am ersten Tag gibt es vier stündlich wechselnde Habitate. Also vier Habitate und dann wiederholen sich die nochmal. Jedes kommt also zweimal dran. In jeder Habitatstunde erscheinen andere Pokémon und es regnet thematisch passendes Konfetti auf der Karte. Also wenn dann hier so Stadthabitat, fliegt dann durch der Asphalt um die Ohren. Im Shop findet ihr ein kostenloses Pokémon-Go-Fest-Shirt für euren Avatar. Wird natürlich angezogen. Zum ersten Mal können wir in Pokémon-Go schillernden Knilz, Kamaub, Laukaps, Schnuthelm und Milzer begegnen. Jetzt ist also wirklich wahr, Milzer. Knilz hat Entwicklung, Kamaub hat Entwicklung, Laukaps, Schnuthelm hat Entwicklung, Milzer sogar zwei weitere Entwicklungen. Da ist also für jeden wirklich was dabei. Dann seht ihr hier die Habitatstunden. Die folgenden Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Wir haben das Stadthabitat mit Magnetilo, richtig geiles Pokémon. Alola, Slimer, Nocchan, Pupanz, Burmi im Lumpenumhang. Bronzel, Dusselgur und Ratütox. Die können alle shiny sein. Plus Mollimorba, Golbit und Flamjau. Die halt nicht shiny sein können. Aber Flamjau als Starter-Pokémon immer gern gesehen. Golbit ist auch nicht so häufig mal in der freien Wildbahn anzutreffen. Ansonsten ist das Stadthabitat bis zu dem Punkt eigentlich, naja, jetzt nicht so spektakulär. Aber man freut sich natürlich über Shinies, die man noch nicht hat. Magnetilo finde ich jetzt immer noch als das Highlight, weil das immer noch ein richtig cooles Pokémon ist zum Einsetzen. Dann habt ihr hier mit Glück begegnet ihr Pikachu. Shiny, es soll ja Pikachu geben mit einer Shaman-Mütze oder irgendwas und Gala-Smog-Mog. Hier ist jetzt Gala-Smog-Mog ein Shiny-Symbol dran. Es war eine andere Grafik heute schon in der Gegend rumgeflogen. Da war das nicht dran. Gala-Smog-Mog gab es bisher nur in Raids. Jetzt könnt ihr also Gala-Smog-Mog auch außerhalb von Raids begegnen. Viele haben das Shiny noch gar nicht. Die meisten haben noch nicht mal das Gala-Smog-Mog an sich. Finde ich interessant. Das ist wie Flunkhiefer ab Sol, die man damals dann auch so antreffen konnte zu den Go-Festen außerhalb der Raids. Also eigentlich sehr interessant. Magnetilo, Golbit, Gala-Smog-Mog in dieser Ebene, Stadt, also in dieser, in Stadt eigentlich sehr interessant. Kommen wir zum zweiten Habitat, das Habitat-Ebene. Was ist das Habitat-Ebene? Girafarig, Dumm-Isel, Lavita, Kamaub, Knacklion, Parmelin, Nagelotz. Können alle Shiny sein. Dann Rotomurf kann nicht Shiny sein. Schnuthelm, Geronimatz, Leufeo. Mit etwas Glück begegnet ihr Pikachu. Das wird schon wieder das Gleiche sein. Ich denke mal, das wird sich durch alle Habitate durchziehen. Plus Milza. Sieht für mich jetzt schon mal stärker aus als das erste Habitat. Schon alleine wegen Lavita. Schon alleine auch wegen Rotomurf. Rotomurf auch richtig gutes Pokémon, ja, für GBL. Aber auch so für Raids kannst du das auch nutzen. Lavita, Despotar sowieso heftig. Milza, das Highlight schlechthin. Und Geronimatz auch ein mega seltenes Shiny für viele, dass man sich hier noch sichern kann. Gleichzeitig ist der Schnuthelm als neues Shiny hier drin. Hier oben, hier oben gibt es gar kein neues Shiny. Aber im Ebenenhabitat. Für mich Ebene bis jetzt beste. Dann Regenwald, das Regenwaldhabitat. Hydropi, Samurzel, Knilz, Bummels, Shellast, Panflam, können alles Shiny sein. Toxiped nicht als Shiny. Laukaps als Shiny, neu. Und dann Bittora, Algid und Bautz. Mit etwas Glück begegnet ihr Pikachu oder Pam Pam. Also nicht oder, sondern und. Pam Pam gab es bisher auch nur aus Eiern oder Raids. Jetzt dann auch vielleicht wild oder aus dem Rauch. Aus dem Rauch wahrscheinlich. Ja, Rauch. Was sind hier Highlights? Hydropi geht immer. Aber Hydropi hat auch erst sein Seeday gehabt. Ist also jetzt nicht so spektakulär. Knilz als neues Shiny. Laukaps als neues Shiny. Die wären interessant. Sind jetzt aber nicht so wichtig oder so stark. Obwohl Kapilz trotzdem ein guter Pflanzen- und auch Kampfangreifer ist. Aber da gibt es deutlich bessere Alternativen. Dann habt ihr Shellast, Panflam hier drin. Also das sind eigentlich die ganzen Starter da hier vereint. Algid Bittora sieht man auch seltener. Wer da noch keinen Satz hat, kann da noch ein paar sammeln. Für mich Highlight dann Pam Pam. Vielleicht ein paar Pam Pam Bonbons noch machen. Auf Shiny-Jagd gehen mit Knilz und Laukaps. Aber die werden da eingeführt. Selbst wenn man die jetzt während des Go-Festes nicht kriegt, hat man dann nachher trotzdem Zeit, sein Leben lang das zu finden. Regenwald klingt für mich schon mal besser als Stadt. Aber Ebene immer noch auf Platz 1. Dann das vierte Habitat. Tundra. Junge, mach doch das Ding hier oben weg. Oida. Tundra. Amonitas, Quiegel, Wingull, Medity, Weilmar, Seemobs, Plinfa, alle Shiny. Gelatini, nicht Shiny. Petsnief, Shiny. Arctip, Robbal, nicht Shiny. Dann wieder Pikachu und Galaflampion. So. Quiegel auf jeden Fall ein Highlight. Eine Mammutell-Armee muss sein. Hat aber auch schon Seeday gehabt und alles. Gelatini. Ja, auch eher selteneres Pokémon mit. Arctip gab es jetzt erst. Ist aber auch nur in einem Event da gewesen. Also wird vielleicht bei vielen auch noch Bonbons fehlen. Robbal kriegt eh ein Seeday. Galaflampion hat auch ein ewiges Event mit sich gehabt. Tundra finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, vor allem gibt es hier drin nichts Neues, oder? Wenn ihr mich nicht verguckt, gibt es hier drin nichts Neues. Tundra? Hm. Ich würde wahrscheinlich... Ich würde immer noch sagen, Stadt ist das Schlechteste. Dann kommt Tundra. Dann kommt Regenwald. Und Ebene ist einfach das Beste. Also da musst du wirklich Gas geben. Raid-Kämpfe. Die folgenden Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfen. Raid-Kämpfe der Stufe 1. Pikachu, Milzer. Also wem es nicht reicht, dass Pikachu sowieso überall sitzt und die ganze Zeit in jeder Ebene rumrennt, der kann auch Pikachu Raid-Kämpfe machen. Wird ja ein Kostüm haben, dadurch nach dem Go-Fest wieder nicht verfügbar sein. Also müsste man sich das als Shiny im Go-Fest gönnen. Und wer halt wirklich sagt, er will nicht warten, dass das Milzer aus dem Rauch kommt, der kann exzessiv Milzer-Raids machen. Für Bon-Boms, für IV, für XL. Das wäre was richtig krasses für Raids für Zuschauer, aber vergesst es. Wir werden selbst unterwegs sein und spielen. Werdet ihr Milzer-Raids machen? Ja oder nein? Vielleicht sind die ja auch nach dem Go-Fest noch da oder kommen dann öfters mal in einer Raids rein. Der Yannick würde auf jeden Fall viel Umsatz machen, weil viele Leute das dann einfach raiden. Exklusive Ticket-Inhaber. So. Exklusiv. Also nur für Ticket-Inhaber. Am 4. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Beim diesjährigen Event dreht sich alles um das Dankbarkeits-Pokémon Shaman. Ihr erhaltet eine Spezialforschung, um mehr über das mysteriöse Pokémon Shaman in Erfahrung zu bringen. Darüber hinaus werdet ihr mit einem exklusiven Artikel und einer Pose für euren Avatar belohnt. Bei der Spezialforschung müsst ihr zwei wichtige Entscheidungen treffen. Ihr könnt diese Entscheidungen nicht mehr ändern. Also wählt mit Bedacht. Personalisiert euer Event-Gameplay für die Spezialforschung, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad entspannt, Standard oder Meister auswählen. Der ausgewählte Schwierigkeitsgrad wirkt sich nur darauf aus, welche Sticker ihr erhaltet. Die restlichen Belohnungen bleiben unverändert. Finde ich eigentlich Schwachsinn. Also ich hätte dann wirklich gedacht, wer jetzt Meister nimmt, der kriegt Meisterball am Ende. Wer Standard nimmt, der kriegt halt Superbälle. Und wer entspannt nimmt, der kriegt gar keine Bälle. Und keine Pokémon-Spawns. Also warum sollte man sich das jetzt schwerer machen, wenn man sowieso nichts davon hat? Aber gut, alles andere ist dann zu einfach. Aber man möchte ja vielleicht sich nicht die ganze Zeit permanent mit der Forschung aufhalten. Man muss ja auf den Rauch achten. Man will vielleicht noch ein Raid machen. Man will alles, was rumsitzt, eintüten, einfangen. Und wenn du immer zu auf die Aufgaben machen musst und die sind kompliziert und du hältst dich wieder ewig an der Forschung auf, ich, so blöd es klingt, würde wahrscheinlich entspannt nehmen, damit ich mich mehr auf alles andere konzentrieren kann. Wie spielt ihr Pokémon Go am liebsten? Wählt Fangen, Erkunden oder Kämpfen als spielerischen Schwerpunkt aus. Bestimmte Aufgaben bei der Spezialforschung werden an eure Auswahl angepasst. Kämpfen wird sicherlich wieder, man könnte denken, vielleicht Raids, dass es sogar sagt. Mach 5 Raids. Oder Rocket-Sachen oder GBL-Relevantes. Mach kurz hier da. Ja, obwohl GBL während des Go-Fests ist, glaube ich nicht. In PCs gibt es öfters, die an Pokestops rumstehen, die ihr dann bekämpfen müsst. Wie Rocketrübel bin ich jetzt nicht in dem Moment der größte Fan von Erkunden. Wenn sich das jetzt auf neue Pokestops in der Umgebung und auf Feldforschungsaufgaben bezieht, da bist du auch wieder so, musst du immer so gucken und machen. Fang klingt doch gut. Ich will doch eh Bonbons machen, ich will viel fangen, ich will alles andrücken. Ich würde wahrscheinlich also auch auf Fangen gehen, kann ich jetzt schon mal sagen. Entspannt und Fangen werden wohl meine zwei Punkte sein. Die folgenden Pokémon werden zusätzlich zu den Pokémon der jeweiligen Habitatstunde von Rauch angelockt, wenn ihr ein Ticket besitzt. Da steht gar nichts da. Achso, ne. Hä? Da ist ein Doppelpunkt und dann steht einfach nichts. Und dann, mit Glück, könnt ihr zum... Ah, das heißt nämlich gar keine. Die folgenden Pokémon werden zusätzlich angelockt, ne? Wenn ihr ein Ticket besitzt. Nichts. Da lohnt sich das Ticket auf jeden Fall. Mit Glück könnt ihr zum ersten Mal einem schillernden Icognito B in Pokémon GO begegnen. Mir fehlt zum aktuellen Zeitpunkt der Buchstabe J, der bei der Jodo-Tour rauskam als Shiny. Äh, da wird es wieder mal das B. Wer es kriegt, der kann ruhig zu mir kommen. Ich hab eh nie Glück mit den Icognitos. Die muss ich mir mal alle tauschen. Mit vier Sammler-Herausforderungen, die sich nach der jeweiligen Habitatstunde richten, könnt ihr Fortschritt bei eurer Top-Sammler-Medaille machen. Ist sowieso das erste Habitat, erste Sammler-Herausforderung. Ihr sucht gezielt diese Pokémon, ihr schließt das ab. Und wenn sich das Habitat wiederholt, habt ihr die ja schon fertig und könnt entspannter sein. Also die vier machen. Klingt erstmal auch nicht ganz so stressig. Die Arena für die globale Herausforderung ist zurück. Am Samstag können die Ticket-Inhaber stündlich gemeinsam eine Herausforderung bewältigen. Wenn sie erfolgreich sind, wird für die restliche Stunde ein Bonus aktiviert. In der heutigen Ansicht könnt ihr den weltweiten Fortschritt überprüfen und sehen, wie viele eurer Freunde beigetragen haben. Äh, wie viele eure Freunde beigetragen haben. Da gab es ja auch so Sachen wie verschickt Geschenke. Und wenn dann eine bestimmte Anzahl verschickt wurde, dann hat man halt die doppelten Fangbonbons bekommen für die restliche Stunde. Ihr konntet immer sehen, der und der hat schon 300 Stück verschickt und der hat nur 20 verschickt. Da wusstet ihr, was abgeht. Oder es war eins, mach so und so viele Raids, brüht so und so viele Eier, fang so und so viele Pokémon, mach so und so viele fabelhafte Würfe und dann habt ihr immer einen Bonus bekommen. Kennt man also, wer schon mal ein Go-Fest mitgemacht hat, weiß genau, was das alles ist. Im Event-Zeitraum besteht eine höhere Chance, schillernden Pokémon in der Wildnis und beim Einsatz von Rauch zu begegnen. Am Samstag ist die Chance höher als am Sonntag. Weil Sonntag, äh, legt sich wieder der Fokus auf die Raids, aber am... Sie sehen eigentlich so grün aus, Mann. So ein Licht ausgemacht hier. Von Rauch angelockt. Jetzt zeigen sie euch nämlich genau, was wirklich vom Rauch kommt. Und in der Stadt, Galas Mock Mock, hm, nur aus dem Rauch, ECOGNITO, B, G, O, U und Klick. Also wer Klick nicht geradet hat, jetzt auch die Chance, erhöhte Chance auf Shiny hat, solltet auch zuschlagen. Ist ein Pluspunkt für Stadt mit dem Klick, weil Klick ist cool. Ebene, Milzer, haben wir ja schon gesehen. Und zusätzlich, wie oben Klick ist, ist unten Kurdel. Wer noch kein Kurdel hat, gönnt euch Kurdel. Aber das muss ja eh irgendwann auch mal als Shiny eingeführt werden. Da gibt es sicherlich dann nochmal andere Chancen. Also, ja, trotzdem Kurdel, cooles Pokémon. Da brennt der Panzer hinten qualms. Also Ebene, Ebene ist Boss. Klick aber trotzdem als Shiny auch ganz cool. Galas Mock Mock als Shiny cool. Oben gibt es halt jetzt zwei was mehr. Regenwald. Ihr habt wieder die vier ICOGNITO-Buchstaben. Ihr habt Pam, Pam und Tropius. Tropius nochmal als regionales hier dabei. In der Tundra. Ein Galaflambion. Und Galapandimos. Galapandimos haben sie erst in der Forschung gebracht, wo man zwei Stück bekommen konnte. Jeder kostenlos. Ist jetzt nicht so spektakulär. Galaflambion. Nix. Also hier aus dem Rauch. Naja. Gönnt euch Buchstabe B. Das wird's sein. Ansonsten Pam, Pam, Tropius. Ich glaube sogar hier oben. Galas Mock Mock Klick finde ich mit einer der besten Rauchoptionen. Direkt hinter Milzer und Kurdel. So. Zweiter Tag vom Pokémon Go-Face. Ihr wisst, am ersten. Also ihr macht alles, ihr fangt alles, ihr macht eure Forschungen hin und her. Zweiter Tag. Am Sonntag, den 5. Juni, dürfen sich Trainer mit und ohne Ticket für das Event von 10 bis 18 Uhr auf die folgenden Inhalte freuen. Auch am zweiten Tag hat die Arena für die globale Herausforderung geöffnet. Doch dieses Mal für alle Trainer. Ein Pokémon gibt sein Debüt in Raid-Kämpfen der Stufe 5. Lasst euch überraschen. Hier dieser Typ Null-Dingsbums, der da einfach alles vereint oder wie der heißt. Das wäre jetzt ein Tipp. Lockt euch am zweiten Tag beim Spielen ein, um eine kurze Spezialforschung zu erhalten. Kurz, kurz. Fang ein Pokémon und dreh einen Stop. Fertig. Ist euch am ersten Tag ein Pokémon entgangen, dann winkt euch am zweiten Tag eine zweite Chance. Alle Pokémon, die am Samstag erschienen sind, erscheinen auch am Sonntag während des Eventzeitraums. Also da auch nochmal Chance auf das Pikachu, was ja nur beim Go-Fest da ist. Und auf jeden Fall auf die Icognito-Buchstaben in Shiny. Weil alle anderen Sachen, die in Shiny da sind, die gibt es ja auch nach dem Fest noch. Aber die Icognito müsstet ihr euch da ziehen, genauso eben wie das Pikachu. Raid-Kämpfe der Stufe 1. Immer noch Pikachu-Milzer, aber Raid-Kämpfe auch der Stufe 5. Ich denke mal, je nachdem, was das für ein Boss ist, werden die meisten Leute am zweiten Tag trotzdem weiter Milzer-Raids machen. Und werden sagen, ach komm, der neue Boss, der da da ist, der ist jetzt da. Da machst du den Pokédex-Eintrag weg. Und wartet, bis der Shiny eingeführt wird. Oder nochmal wiederkommt. Außer es ist plötzlich Mega-Mewtwo. Was es ja dann wohl schon als Shiny gibt beim Fang, weil es ja auch schon Shiny-Mewtwo gibt. Aber da glaube ich jetzt nicht dran. Ich denke mal, es wird was ganz Neues sein, was dann eh nochmal später so reinkommt. Und was dann irgendwann auch aus Shiny erhältlich sein wird. Da könnte man also lieber auch Milzer-Raids machen. Obwohl muss man ja auch nicht. Kriegt ja ein Ziel. Der macht einfach gar keine Raids. Nein, macht einfach, was er wollte und schreibt mir rein, was er macht. Exklusive Ticket-Inhaber. Am Sonntag dürfen sich die Ticket-Inhaber auf folgende Inhalte freuen. Das war eben für alle. Das ist jetzt also wieder nur für Ticket. Nach Abschluss der kurzen Spezialforschung, die für alle Trainer verfügbar ist, erhalten Ticket-Inhaber eine weitere Forschung, für die Belohnungen und Begegnungen mit besonderen Pokémon winken. Latias, Latios. Mega. Oh, ne Spaß. Keine Ahnung. Pokémon, die am Samstag von Rauch angelockt wurden, werden auch am Sonntag im Event-Zeitraum von Rauch angelockt. Team-Go-Rocket-Ballons erscheinen häufiger und ihr erhaltet zwei mysteriöse Teile, wenn ihr Team-Go-Rocket-Rübel besiegt. Ja, theoretisch kann ich Team-Go-Rocket das ganze Jahr über machen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt am Go-Fest. Beide Tage. Was ist an beiden Tagen? Immer. An beiden Tagen des Go-Festes erwarten Trainer mit und ohne Ticket für das Event. Die folgenden Inhalte. Schnappschüsse von Trainern werden in der Heute-Ansicht veröffentlicht. Postet eure Schnappschüsse mit Hashtag Pokémon-Go-Fest 22, dann besteht die Chance, dass ihr sie dort während des Events seht. Manche spielen also nicht, die gucken die ganze Zeit nur sich die ganzen Schnappschüsse der anderen Leute an und das acht Stunden und dann ist das Ding wieder um. Pikachu mit einem von Shaman inspirierten Grasidea-Kostüm wird in Pokémon-Go eingeführt. Es erscheint in der Wildnis und in Raid-Kämpfen der Stufe 1. Mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Haben wir also oben gesehen bei Raids immer, wo das Fragezeichen war und auch bei dem Zeug. Milze erscheint am Samstag und Sonntag in Raid-Kämpfen der Stufe 1. Mit Glück begegnet ihr einem schillernden Exemplar. Macht im Event-Zeitraum einen Schnappschuss? Eine Überraschung erwartet euch. Nein, weiteres Rotom. Shiny Rotom. Da bin ich mal gespannt. Schnappschüsse vergesse ich eh immer. Also, egal. So. Immer noch an beiden Tagen, aber exklusiv für die Ticket-Inhaber. Ticket-Inhaber genießen an beiden Event-Tagen die folgenden Vorteile. Ihr erhaltet bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe. Heißt das, ich kriege am Samstag 9 Stück und am Sonntag auch nochmal 9 Stück? Dann sind das schon 18 Euro Raid-Pässe, die ich geschenkt bekomme. Muss ja so sein. Nicht? Ja? Vielleicht? Ihr erhaltet bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Diese können nur für Raid-Kämpfe vor Ort eingesetzt werden. Na gerne. Dafür sind wir in Gera. Bruder. Aus Geschenken und von Pokestops erhaltet ihr Event-Sticker. Kannste behalten. Während des Event-Zeitraums am Samstag und Sonntag sind bis zu 5 überraschende Begegnungen bei Schnappschüssen möglich. Also 10. Ja? 5 da, 5 da. Mit was Besonderem muss man sich reinziehen. Abschluss. Abschluss-Event zum Pokémon Go Fest. Dieses Jahr haben wir etwas Besonderes für euch auf Lager. Ein eintägiges Abschluss-Event findet am Samstag, den 27. August statt. Dieses beinhaltet eine neue Spezialforschung, Begegnungen mit tollen Pokémon und vieles mehr. Trainer, die ein Ticket für das weltweite Event im Juni gekauft haben, erhalten kostenlos ein Ticket für das Abschluss-Event. Und separate Tickets nur für das Abschluss-Event sind zu einem späteren Zeitpunkt für 10 Dollar und 99 Pfennig erhältlich. Jetzt müsste es 14,99 für alles und das Abschluss-Event alleine, was einen Tag geht, 10,99. Das heißt, theoretisch, das Go Fest an sich hat einen Wert von 4,00. Und bei den 4 Dollar, die ihr bezahlt, habt ihr mindestens 9 Raid-Pässe. Also 5 Dollar habt ihr sogar Plus gemacht. Und wenn nochmal 9 aber dazukommen, fragt mich nicht in jedem Stream, lohnt sich das, ein Ticket zu kaufen? Ich kann es nicht oft genug nochmal wiederholen. Die Unterschiede zwischen den kostenlosen und den kostenpflichtigen Inhalten des Pokémon-Go-Fests haben wir hier aufgeführt. Äh, muss ich da jetzt noch drauf oder was? Wie kaufe ich ein Ticket? Tickets für das Go-Fest sind für 14 Dings im Shop erhältlich. Tippt im Shop auf das Banner für das Go-Fest. Tippt auf Kaufen. Nun wird ein Pop-Up angezeigt, dass ihr ein Ticket für das Go-Fest erhalten habt. Nachdem ihr auf OK getippt habt, wird das Ticket eurem Itembeutel hinzugefügt. Einige Tage vor dem Event erhaltet ihr eine Medaille. Wenn ihr die App während des Events Zeitraums am Samstag öffnet, wird der Zugang zum Go-Fest freigeschaltet. Ihr müsst euch während des Events am Samstag und Sonntag einloggen, um die Spezialforschung für den jeweiligen Tag zu erhalten. Nachdem ihr die Forschung abgeholt habt, könnt ihr sie jederzeit abschließen. Muss also nicht im Zeitraum sein. Äh, hä? Du tippst auf den Banner, du tippst auf Kaufen, Pop-Up, dann kriegst du das. Ja, und wie kannst du das jetzt bezahlen? Mit PayPal, Kreditkarte, Google Play Guthaben. Man konnte die anderen Tickets ja so auch immer jetzt kaufen über... Über... Über was hab ich da... Wenn ich Community Day hab, mach ich das immer über das Google Play Guthaben, was noch auf meinem Konto ist, in meinem Dings drin. Seht ihr ja dann, wenn ihr drauf drückt, wenigstens steht nix von Kreditkarte da, da sind wir schon mal guter Dinge. Ähm... Ja, was ist das noch? Wir können es kaum erwarten, das Go-Fest mit Trainern aus aller Welt zu verbringen. Dieser Sommer wird hart. Äh, unvergesslich. Nach dem weltweiten Event finden noch Live-Events zum Pokémon-Go-Fest statt. Von 1. bis 3. Juli in Berlin. Was ist da anders? Dasselbe nochmal. Ich glaub, ich geh doch nicht nach Berlin. Vom 22. bis 24. in Seattle. Vom 5. bis 7. in Sapporo. Wir freuen uns schon drauf, mit euch zusammen zu spielen. Ob beim weltweiten Event, bei den Live-Events oder bei beiden. Let's go! Das klingt aber dann so, dass die einfach nur sagen, kommt an den Tagen einfach nach Berlin, da bauen wir nochmal was auf und rennen da rum wie so an den Sea Days. Und man braucht nicht extra nochmal ein Ticket, oder was? Weil das einfach so ist. Naja, dazu wird es sicherlich später nochmal irgendwas geben. Und der Rest ist auch wieder wurscht. So, alles Käse, alles wurscht. Jetzt will ich nochmal hier drücken, weil hier steht hier. Und wenn ihr hier auf hier drückt, seht ihr, dass da seht ihr nochmal die Event-Inhalte schön ausführlich aufgelistet Event-Inhalte mit, Event-Inhalte ohne. Live-Events Das Go-Fest hat als Live-Event begonnen, bei dem tausende Trainer sich an einem Ort versammelt haben. In diesem Jahr lassen wir diese Tradition in drei Städten wieder aufleben. Die Live-Events finden getrennt vom weltweiten Go-Fest statt. Euch erwarten Fotopunkte, Giveaways und vieles mehr. Event-Inhalte Free mit Ticket So, mit Ticket Es ist fast alles mit Ticket, aber Free ist eine kurze Spezialforschung für beide, wechselnde Habitatstunden für beide, die Schnappschüsse, die angezeigt werden, im Heute-Tab für beide, und Beteiligt euch für die globale Herausforderung, Arena-Punkte Hm So, nur mit Ticket nochmal für euch Die Sammler-Herausforderung gibt's nur mit Ticket in den Habitaten Die Event-Medaille, die Avatar-Pose, Avatar-Artikel, nur mit Ticket Ähm, Shaman in der Landform nur mit Ticket Icognito BGOU mit Rauch nur mit Ticket Sticker aus Geschenken nur mit Ticket Neun Raid-Pässe am Samstag und Sonntag nur mit Ticket Die globale Herausforderung am Samstag, ja, ist auch dann nur mit Ticket nur am Sonntag ist es dann für alle frei Äh, erhöhte Shiny-Chance am Samstag auch nur mit Ticket Ein kostenloses Ticket zum Abschluss-Event kriegt ihr ja auch nur, wenn ihr das Ticket jetzt also dann kauft Die weitere Spezialforschung am Sonntag gibt's auch nur mit Ticket und dann sind wir ja schon wieder bei allem, was so insgesamt da ist Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Jetzt hab ich mich ja Hä? Das ist ja nochmal ne ganz andere Eula, hier sieht das ja noch besser aus Guck mal, ihr habt da das extra Grün und ihr habt ja alles Mögliche So, das verwirrt mich jetzt Das heißt, das war's von meiner Seite aus Mein XXL-Special-Video Jetzt gleich Restlegen Und ich würde sagen, und das war's von meiner Seite aus Schreibt mal rein Kauft ihr euch ein Ticket? Ja? Nein? Vielleicht? Gibt's da was zu überlegen? Freut ihr euch? Habt ihr Bock? Was sind eure Highlights? Bis zum nächsten Mal Peace out for Haut euer Ramses Peace out for